Hallo und willkommen im Kurs zur Öffentlichkeitsarbeit. Mein Name ist Katrin Gildner und normalerweise arbeite ich mit Vereinen und Initiativen zusammen, damit sie besser kommunizieren. Für euch habe ich hier diesen Selbstlernkurs mit sieben Modulen zusammengestellt. Damit lernt ihr, wie ihr ein Öffentlichkeitsarbeitskonzept für euch und euer Engagement zusammenstellt. Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, um ganz unterschiedliche Gruppen von Leuten zu erreichen. Vielleicht sucht ihr neue Leute, die bei euch mitmachen. Vielleicht möchtet ihr Fundraising betreiben oder vielleicht möchtet ihr einfach nur Aufmerksamkeit auf euer Thema lenken. Dieser Selbstlernkurs besteht aus sieben Modulen und im ersten fangen wir erstmal mit euch an. Also was macht euch aus, was bewegt euch in eurem Engagement, wer seid ihr als engagierte Einzelperson oder als Gruppe. Im zweiten Modul geht es dann um die Ziele, also sich zu überlegen, was möchten wir eigentlich mit unserer Öffentlichkeitsarbeit erreichen. Und wenn wir über Ziele sprechen, müssen wir auch über Zielgruppen sprechen, das machen wir im dritten Modul. Anschließend gucken wir uns an, was es alles für unterschiedliche Kanäle gibt, also was ihr alles machen könntet in eurer Öffentlichkeitsarbeit. Und in Modul 5 dann, wie das aussieht, also wie ihr nach außen sichtbar werdet. In Modul 6 widmen wir uns dann noch dem Texten bzw. verschiedenen Textsorten, die wir für die Öffentlichkeitsarbeit brauchen. Und schließlich in Modul 7 geht es um die kurz- und langfristige Planung eurer Öffentlichkeitsarbeitsaktivitäten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Kurs und natürlich viel Erfolg beim Kommunizieren. Vielen Dank. Vielen Dank.